Wir haben noch Hotelkomplikationen. Wir wissen noch nicht genau, in welches Hotel wir gehen, weil anscheinend einmal vor Ort werden wir schon beim Zwirn. In der Tat! Aber zum Beispiel im Swimmingpolisoppe. Braucht man nicht, wenn wir mehr haben. Vor allem da schon wieder sowas rassig. So, ja, für zwei Personen. Ja, mit drei wieder zum Teil. Ah, schau mal an. Ne. Nö. 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 Du kannst es vergessen. Späti. Nicht mit mir. Entschuldigung. Nö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020